So, jetzt tust du die, wie heißen die, Orkette, das ist ein Öhrchen. Man kann auch Muschelnudeln sagen. Muschelnudeln. Willst du die noch einmal so ein bisschen umrühren? Und auf wie viele Minuten sollen wir einstellen? 14? 14? Ja. Wie kriege ich denn hier die Flamme ein bisschen höher? Du, ich habe die ganz hoch gestellt. Ist oben? Das wird gleich kommen. Okay. So. Ja. 14 Minuten. Ich kann es natürlich auch auf die größere Flamme stellen. Ich weiß nicht, das dauert vielleicht zu lange. Ja, ja. Das ist nämlich eine relativ kleine und das ist ein großer Topf. Das ist die große. Die Größe habe ich nicht. Gut. Das Beste, das Größte, was ich habe. Das Größte. So. Das, was wird das nachher? Ein Nudelsalat. Nudelsalat. Und zwar mit Rucola, Tomaten, Oliven, Essigöl und für dich ein bisschen Knoblauch, für mich ein bisschen mehr. Machst du zwei Versionen. Genau. Okay. Ich mache ein Schweinegulasch mit Orange und Kardamom. Da geht das also erstmal los mit dem Olivenöl hier. Da wird das Gulasch so ein bisschen angeschmort, also das Fleisch, Schweinesfleisch, wird so ein bisschen angeschmort. Ich kann es gleich reintun, weil ich den Topf schon ein bisschen heiß gemacht habe. Ich bin ja kein so großer Asienkocher. Aber ich benutze, äh, 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 wie heißt das? Na. Na, Gewürze. Aus Asien. Also zum Beispiel, oder das ist weniger asiatisch, Kardamom ist eigentlich mehr arabisch. Weißt du? Und das ist so, das muss man so aufmachen. Und da ist dann drin, siehst du, diese kleinen Körner. Ach, die müssen raus? Ja, ja, die müssen raus. Das ist nicht so schwierig. Kann man so raus machen. So. Und das ist, also Kardamom habe ich hier schon drin und dann Fenchel. Ja. Und das werde ich jetzt mörsern. Du kannst beides auch schon gemahlen kaufen. Mhm. Aber ist nicht so. Nie so intensiv. Am intensivsten sind die Körner, die ganzen Körner, wenn man die mörsert. Ja. Ach, rühr du mir das doch ein bisschen. Ich höre. Das ist schön. Nee, aber das wird halt immer gerne gegessen. Ein bisschen Salz. Ja. Aber ich esse, ich bin auch ein Kind. In dem Fall bin ich auch ein Kind. Ja? Ich esse nämlich auch gern Pasta. Nudeln machen glücklich, sag ich. Nudeln machen glücklich, sag ich. Und ist auch einfach, ne? Ja. Das machen wir noch ein bisschen höher wieder. Okay. Und weißt du, das Verrückte hier ist eben, also erstmal diese Gewürze und dann, dass da ganze, also nicht ganze, Stücke von Orange reinkommen, aber mit Schale. Ja. Das ist das Tolle. Die hast du aber vorher geschrubbt, oder wie? Ja, 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 natürlich habe ich die gewaschen. Bitte dich. Und auch natürlich beim Kauf darauf geachtet, dass es eine Unbehandelte ist. Keine Sorge. Ich glaube, jetzt können wir das ein bisschen hier runter machen. Ja, hier nach links. So. Okay. Hast du's? Ja. So. Und da mache ich jetzt solche kleinen Romben. Das darf ich dir helfen. Ja. Komm, ich gebe dir auch so ein kleines. Ja. Okay. Einfach solche kleinen Ecken. Ich glaube, jetzt kann ich dann auch schon langsam die Sachen reingeben. Sag mal, du hast ja deine Tochter, wie ich eben gehört habe. Die ist ja auch nicht mehr so jung. Aber noch jung. Jünger als die Mutter. Jünger als die Mutter. Wie läuft denn das bei euch? Dein Mann ist doch sicherlich nicht immer zu Hause. Nicht oft auch. So ein geordnetes Familienleben. Findet nicht statt. Findet nicht so statt. Also ich habe lange darum gekämpft, dass wir wenigstens früh zusammen frühstücken. Ja. Und er meistens, wenn er nicht schon vor um acht im Büro sein muss, die Sophia hier in die Schule bringt. Dass wir dann um halb acht zusammen sitzen, eine halbe Stunde und frühstücken. Ah ja. Ansonsten muss ich sagen, Mittagessen, das koche ich meiner Tochter zuliebe. Weil ich möchte, dass sie nicht so ein Fast-Tut findet. Also du kochst jeden Tag? Ich koche, wenn ich zu Hause bin, jeden Tag. Ja. Und dass sie nicht halt irgendwie... Ja, ich auch. Also... Also... Nur von irgendwelchen Pommes oder Hameln ernährt. Nee, das finde ich auch. Da passe ich schon auf. Aber also ich frage natürlich erst überhaupt nicht, ob Rudi kocht. Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Das brauchst du gar nicht fragen. Nein. Er weiß gerade mal so, wo der Herd steht. Oh doch. Ja. Ich war neulich bei einem Freund eingeladen. Da habe ich mich angekündigt, dass ich auf einen Kaffee komme. Und dann hat er gesagt, wollen wir nicht lieber ein Glas Wein trinken? Das war so um zwei. Haben wir das gemacht. Ich ging an und sagte, ich bin so froh, dass du den Wein akzeptiert hast. Ich weiß nämlich nicht, wie man Kaffee kocht. Das gibt's. Es gibt... Ja, Sophia hat ihm mal, als ich unterwegs war, muss ich dir vorstellen, den Wasserkocher. Da hat sie ein Schild dran gemacht. Bitte den roten Knopf drücken. Und hat die Tasse mit dem Teebeutel schon hingestellt. Das stand nach 14 Tagen immer noch. Stand noch da. Sag, wo ist sie dann, wenn du drehst? Die ist bei meiner Freundin. Wo ist denn der Mülleimer? Da. Das Loch. Ach, da. Stimmt ja. Die ist bei meiner Freundin. Ah ja. Meine Freundin hat drei Kinder. Hund und Mann. Und dann nimmt sie mein Kind auch noch. Und Hund. Und dann ist Sophia in meiner Großfamilie. Da wird natürlich ganz anders gekocht. Ja. Da habe ich immer so Mickey-Maus-Portionen, wenn die mal so Buletten macht oder so. So ein Trog ist unbegreiflich. Da lacht die sich tot, wenn du einkaufst. Darf ich dir schon einen kleinen Küchenwein anbieten? Ich bin doch nicht zum Kochen hier. Sehr gut. Gott sei Dank, dass du das auch so siehst. Ein Motzenbäcker. Ein Riesling aus der Pfalz. Kabinett, trocken, wunderbar Ruppertsberger Nuss, Bienen. Schöner, leichter, wunderbar Riesling, den ich sehr schätze. Ja, Riesling trinke ich auch gerne. Das ist schön. Angenehm leicht. Bitte. Dankeschön. Prost. Das kann man haben. Lecker. So, jetzt tue ich mal meine Kardamom und Fenchel. Ist das zu klein gemacht? Ne, ist gekocht. So, was habe ich noch? Das kommt erst nach herein. Ich schreibe mir das ja, wenn es ein bisschen komplizierter ist, immer in mein schönes Buch. Und dann gucke ich, was ich dann... Also das muss ich dann irgendwann aus dem Bräter nehmen, das Fleisch wieder. Und dann kommen die Schalotten, die Orangenstücke, alles das. Gut, das mache ich jetzt mal. Hast du eigentlich schon früher immer gekocht, als Kind oder so? Nein. Nein, nein. Zuhause hat Mutti immer gekocht. Und aber ich muss sagen, seit vielen, vielen Jahren hat er meine Mutter aus der... Mein Vater meine Mutter aus der Küche verdrängt. Nee. Jedes Weihnachtsfest und so, Papa kocht. Ja. Leidenschaftlich gern. Ja. Er kocht auch immer sehr lange. Das dauert Stunden. Und kann ich irgendwas machen? Nö, ich hole es jetzt raus. Okay. Lass aber, hab jetzt mich entschieden für dieses Instrument, damit ein bisschen von dem Saft drin bleibt. Und der Papa kocht richtig toll. Und Papa kocht. Toll. Mutti hat jetzt wieder erst ein bisschen angefangen, weil sie ihre Ernährung umgestellt hat. Und Papa hat immer sehr deftig gekocht mit viel... Oh, das tun wir weg. Mit viel Butter und so. Und Mama wollte abnehmen. Und dann hat sie gesagt, so jetzt lass mich mal. Und hat aber auch so 15 Kilo abgenommen. Oh, wie schön. Und was kochst du so... Also... Schnelle Küche. Schnelle Küche. Ja, also ich mach nicht so gerne diese langen Gerichte. Ich mach viel so Nudeln oder ich improvisiere viel Hühnchen. Und wenn ich irgendwo getrocknete Aprikosen hab, dann schnipple ich die da mit rein. Und ein bisschen Orangensaft. Was mir so dann im Kühlschrank entgegenfällt. Ja, das ist ja auch einfach... Ja, grad wenn's schnell gehen muss und so ist das ja das Beste. Ja, aber so lange Gerichte ist nicht mein... Da bin ich nicht so der Fachmann. Das kann der Papa dann. Der macht dann den Lieblingsgulasch meiner Tochter. Immer wenn wir hinfahren. Und die freut sich dann. Dann sagt sie, Opa, machst du mir den Gulasch? Dann ist das halt Opas Gulasch. Und geht ihr dann auch viel essen? Ja. Ja. Mit dem Rudi. Also ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem Rudi relativ frisch zusammen war. Und dann wollte ich natürlich meine hausfreulichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und hab schön gekocht. Ja. Und er kam und hat gesagt, sag mal, wo hast du denn das geholt? Auf die Idee kam er gar nicht, was du es gemacht hast. Die Küche war auch zum Benutzen. Man will's nicht glauben. Hat er aber ne schöne Küche, oder? Ja, natürlich hat er. Aber es war alles irgendwie noch nie... Nie benutzt. Nie benutzt. Ja, ja, also ich koche jetzt... Ich hab schon immer gekocht. Aber seit ich die Affetis übermache, koche ich noch viel mehr als früher. Ja? Ja, von zehnmal essen bestimmt achtmal kochen und zweimal essen. Nee, das wär bei uns nicht so. Wir gehen öfter essen. Ja. Kann man gut in Gelsenkirchen... Du bist doch eigentlich Berlinerin. In Leipzig geboren. In Leipzig geboren. Und dann in Berlin. Geboren noch. Dann Potsdam groß geworden. Berlin studiert. Und jetzt Gelsenkirchen. Ich mein, das ist da... Ey, hör mal. Ja, ja, das ist doch... Das macht keinen Scheiß. Das ist schön da. Nein, nein, ich wollte nicht sagen Gelsenkirchen. Nur, was für ein Unterschied. Ja, das ist aber gar nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm? Nein. Gelsenkirchen ist im Grunde wie im Ruhrgebiet, wie so ein Stadtteil in Berlin. Der Weddingen hat auch Ecken. Ja, das stimmt. Entschuldige. Ja, ja, ja. Ich möchte ja auch nicht wohnen oder so. Ja, ja, ja. Und Gelsenkirchen. Ich hab Bochum, Essen. Naja. Köln. Na, gut, heute haben wir länger gedauert. Freitagnachmittag, aber sonst... Und was jetzt kulturell los ist im Ruhrgebiet. Ruhrtregionale, Ruhrfestspiele. Sowieso. Die ganzen Arenen in Oberhausen, in Köln, bei uns. Im Prinzip hast du wie in Berlin, da fährt man ja auch manchmal ganz schön. Ich bin neulich zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt von Prenzlauer Berg eine Dreiviertelstunde gefahren im Auto. Also, so gesehen ist das schon sehr ähnlich. Ja, und die Menschen sind dort ganz toll. Menschen sind toll im Ruhrgebiet, das glaube ich. Die sind hilfsbereit, lebenswert. Ja, das glaube ich. Weil sie ja auch nie so verwöhnt waren, weißt du? Ja. So, jetzt Knoblauch. Wie viel machst du? Guck mal, ich tu ziemlich viel. Oder da kann ich ja auch noch ein bisschen was machen. Nein, das habe ich jetzt dir zuliebe gemacht. Und du machst mir zuliebe etwas weniger Arbeit. Okay, dann mache ich dir zuliebe weniger. Ah, mein Lieber. So, 200 Milliliter Brühe, jawohl. Und was haben wir da noch? Sherry. 75 Milliliter Sherry. Das mache ich in dem kleinen. Äh, 75, ja. Sherry. Und zwei Esslöffel Sojasauce. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. In dem Originalrezept waren vier Esslöffel. Und das hat dann so intensiv nach Soja geschmeckt. Ich mache das jetzt mit zwei. So. Wenn du dies lübenswürdigerweise zumachst. Ja. So. Und das Ganze. Guck mal, wie schön das schon auch aussieht. Ja. Das muss jetzt 35 Minuten, da kommt ein Deckel drauf. Und das tue ich jetzt aber auf diese kleine Flamme hier. Ja. Ja, die kochen. Wunderbar. Die müssen aber schon noch ein bisschen. Ich bin fertig, denn ich habe ein zweites hinten, das hole ich nachher zum Essen. Ja. Und dann, das muss jetzt auch Leute sofort, 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 müssen doch. Wenn man die Zeit einstellt, die auf der Packung steht, muss man meistens noch ein, zwei Minuten länger. Ja. Du kannst aber anfangen hier schon. Ich fange schon an. Oh, die Lorbeerblätter. Ui, da kriege ich Schimpfe vom Klaus, wenn ich keine Lorbeerblätter reintue. So. So. Jetzt fange ich mit den Tomaten an. So ich dir helfen? Ja. Wir sind doch ein gutes Team. Du schneidest mir die Orangen und ich schneide die Tomaten. Viertel, ne? Achtel? Ja, kannst du machen. Je nach Größe, aber die sind relativ gleich groß. Ich mache immer drei aus einer Hälfte. Das heißt dann Sechstel, glaube ich. Gut. Sechstel. Moment, also. Aber einmal halb vier. Mach einfach klein. So. Nicht in die Finger schneiden. Ne. Und was ich auch mache, muss ich zugestehen, bediene mich manchmal der Tiefkühlkost. Du, warum nicht? Weil dann so jeden Tag frisch einkaufen gehen. Ne, ne, ne. Und dann, wenn es mal regnet. Und ich wüsste ja auch, du meinst jetzt nicht der Fertigkost, der Tiefkühlwaren. Nein, nein, nein. Viel Tiefkühlwaren. Du, da gibt es eine ganze Reihe Sachen, die sind super genauso gut. Oder besser Himbeeren zum Beispiel. Erdbeeren finde ich nicht so gut tiefgekühlt. Ne, Erdbeeren schmecken wir auch nicht. Aber Himbeeren sind ganz toll. Spinat ist sehr gut. Ja. Klar, wenn man einen ganz frischen macht, ist immer noch mal ein kleiner Tick feiner. Aber es ist schon, man kann schon sehr viele Sachen sehr, sehr gut tiefgekühlt machen. Mach ich auch. So, soll ich noch mal probieren? Und bist du eigentlich eine Rezeptkocher oder improvisierst du? Manchmal, wenn mir was gefällt, höre ich zu, versuche es mir zu merken. Aber ich halte mich meistens nicht so dran. Ich koche ja mit dem Kochbuch so richtig. Ich gucke ja jeden Schritt und alles. Ne, das mache ich nicht. Halt, halt, halt. Ist nicht halt. Nicht? Bist du aber unempfindlich. Ich habe Hornhaut auf die Hände. Sehr schön. Gut. Meins schmurgelt weiter. Ich strecke die ab, damit die schneller kalt werden. Ja. Ich schneide noch die letzte Tomate für dich. Also ich bin ja ein kompletter Rezeptkocher. Ja? Also selbst meine eigenen, die ich in meinen Büchern habe und so, gucke ich immer im Rezept nach. Mich stört dann, dass dann manchmal ein Gewürz da ist. Na gut, da müsste man sich vorbereiten. Ich gehe einkaufen mit der Liste aus dem Kochbuch, ja. So, ich mache mal jetzt hier schon. Machst du das Dressing? Ja. Löffel? Ja. Olivenöl? Ja. Und das hast du auch so improvisiert, diesen Salat? Nein, das Rezept habe ich von meiner Freundin Poppy. Aha. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Nudeln ich reinmache. Das wirst du sehen. Wir gucken mal. Machst ein bisschen nach Auge. Ja. So, jetzt Balsamico. Wird eigentlich der auch geschnitten, klein geschnitten? Ja, der wird auch klein geschnitten. Und die holzigen, die Stiele, die würde ich ein bisschen weg. Die kommen weg. Ja, das mache ich immer. So. Und wenn die Kleine mit, geht die mit ins Restaurant? Ja, macht sie. Viele Kinder haben ja Probleme mit dem Restaurantessen. Ja, auch mit dem Essen dann nicht. Sie langweilt sich nur, wenn man dann eine Weile da sitzt. Stimmt, ja auch. Dann nimmt sie entweder ihren Discman mit oder, wenn ich Glück habe, mal ein Buch. Ja. So, ich mache jetzt eine Knoblauchzeile rein, ja? Ja, ja. Der Rest ist hier drin. Okay. Warte mal. Ich würde bestimmt zwei. Ach, du kannst auch zwei rein tun, du. Also, ich werde nicht sterben. Ich habe auch keinen Termin und nichts. Ich mache es ja hauptsächlich auch. Ich will sagen, bei so einem Salat würde es mich auch nicht so stören. Ja. Aber es gibt sehr feine, subtile Gerichte. Und wenn du da zu viel Knoblauch herhntest, dann schmeckt das am Schluss nur nach Knoblauch. Dann mache ich noch eine halbe. Ja, ne, mach die. Mach die. Wir wollen ja heute nicht mehr küssen, oder? Das wissen wir ja nicht, ne? Das weiß man nie. Wer weiß, was noch passiert. Mein Mann ist im Trainingslager. Ich nicht. Ist das so richtig die Größe oder kleiner? Ne, so ist gut. Wo haben wir Pfeffer? Hier. Du hast den? Ich habe ja vorhin schon meinen Topf gesalzen und gepfeffert. Ordentlich. Kann man auch noch nachpfeffern. Ja. Wenn das fertig ist, dann muss der sowieso noch. Auf dem Teller dann. Wenn die Nudeln dann da drin sind. Du hast jetzt Olivenöl, Balsamico, Knoblauchsalz. Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer. Muss man sehen, wie die Nudeln das Salz angenommen haben. Ja, ja, ja. Weißt du sonst? So, jetzt kann ich die Nudeln reinmachen. Der sieht schön aus, der Rucola. Da. Ja, ich glaube nicht alle, oder? Ne, ne. Jetzt gibt es Flecken. Das Reinigungsgewerbe will auch leben. Aber es muss nicht so wild sein. So. Das Auge ist ja doch mit, ne? Ja. Das sieht doch schön aus. Toll. Toll, wenn jetzt das Grün noch kommt. Und dann habe ich schon die Oliven hier kleingeschnitten. Dunkle Oliven. Schön. Die kommen auch da rein. Die kommen auch da rein. Man soll ja immer welche mit Stein kaufen. Aber ich finde das immer so mühsam. Ich kaufe dann doch meistens die ohne Stein. Die Köche sagen ja, die sind besser mit Stein. Ja, und warum? Weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Genau so soll Knoblauch nicht riechen, wenn man den Kern innen draus macht. Das ist aber auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Ja. Ich habe nie gehört, ja? Mhm. So. Das riecht schon schön. Ein bisschen mehr. Ja, das ist der Knoblauch natürlich. So, das packe ich da rein. Ja. Das kommt einfach rein, ne? Ja. So. Kocht eigentlich deine Tochter auch schon? Nein. Nein. Nicht? Die haben so viel mit der Schule und so. Ich muss ehrlich sagen, da bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich gebe dir mal was. Was suchst du? Ach so. Hier. Das ist ein bisschen zickig. Komm her, ich. Ich habe es doch. Schau. Ich habe irgendwo so ein... Ja, das habe ich gesucht. Wo hast du das gefunden? Das lag da. Zufällig. Obwohl ich ja sagen muss, ich esse auch sehr gerne deftig. Also in München... Ich dürfte nicht in München wohnen. Ich wäre verloren. So, jetzt nehme ich mal meinen fertigen. Schweinshacksen und so Sachen, ne? Ja. Hacksen, Frühweißwurst. Ich kann auch früh schon Spaghetti Agliolio essen. Ach, morgens? Ja. Frühmorgen. Aber kein Marmeladenbrötchen. Bist du gar keine Süßesserin? Gar nicht. Na dann sei froh. Ich koste jetzt mal hier. Ja, sei froh. Wenn ich das lasse, oder? Ja, eben. Also ich muss sagen, wenn ich mal süße alles weglasse, ich bin kein großer Süßesser, aber so ein bisschen schon. Kannst du mich nicht hinterm Ofen vollbringen? Wenn ich das alles weglasse, dann nehme ich ein bisschen ab. Es gibt ja Leute, die gucken ja nur ins Schaufenster von der Konditorei und werden schon dick. Na gut, wenn ich keinen Sport machen würde, so essen, was ich will, kann ich auch nicht. Ja. Der muss jetzt durchziehen. Ja. Und du sagst, der Rudi ist im Trainingssaal. Das ist Schalke 04, die sind jetzt irgendwo unterwegs und bereiten sich vor und da muss er mit. Da muss er mit, falls es noch Probleme gibt. Als Manager. Ohne ihn rollt er bei ja nicht. Ja, ist klar. So, dann essen wir zuerst den Salat. Ja. Der ist jetzt noch lauwarm. Kann man auch essen, aber kalt durchgezogen. Ich glaube, das ist ganz schön. So, na wunderbar. Die großen Pastateller sind auch gut für Salat. Ja. Okay. So. Ruhm, 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 Ruhm. Marmurz, Ruhm. Bringe uns noch ein bisschen Wein. Oh, mir ist warm. Na bitte, aber wir haben doch alles schön hingekriegt. Jetzt gib noch ein bisschen Wein rein. So, und dann, du gibst was auf. Danke schön. So, mach ich dir jetzt auf. Mh, also ich muss sagen, schon ganz toll. Super, ganz toll, mh, ja, ich bin ja schon gespannt. Ich kenne ihn ja. Mh, sag nicht interessant. Mh, nein, guck mal. Lecker, ne? Lecker. Na ja, man munkelt. Mein Munkel, das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt, nachdem sich das herumgesprochen hat, was das bedeutet, vor der, wenn die Leute kommen, sagen sie als erstes auch, bitte, bitte nicht interessant sein. Ja gut, das muss ja eigentlich alles irgendwie, jedem kann ja nicht alles schmecken. Nein, aber sehr lecker. Finde ich auch. Und ideal für Partys. Wunderbar, macht sich auch nachts um drei noch sehr gut. Ja. Oder wie gesagt zum Frühstück. Ja, und du kannst so große Schalen machen. Mhm. So. Mach ich das mal hier weg? Ja. Schneidest du uns mal ein bisschen Baguette? Dünn, breite. Dünn, mir nicht so dick. Also Scheiben. Scheiben, ja. So. Einfach auf den Teller? Du ja. Einfach auf den Teller. Ja, wunderbar. Perfekt. Ja. Ein bisschen Soße noch. Die Soße sieht gut aus. Mhm. Gabel reicht? Ja. So, dann probieren wir das. Probieren wir das. So kann man auch mal ein Schweinefleisch essen. Kriegst du nicht. Doch. Aber es macht sowas auch nicht oft. Mhm. Perfekt. Und die Soße, ne? Mit den Orangen, das ist eigentlich der Clou. Mhm. Jetzt ditschen wir mal rein. Ja. Schön. Mhm. Perfekt. Unsere tollen Servietten. Also. Wir waren schnell, ne? Ja. Ich musste ja zum Schweinefleisch noch was sagen. Ja. Inzwischen gibt es so gutes Bio-Schweinefleisch beim Biometzger und auch in diesen neuen Bio-Supermärkten und so. Ist überall Bio drin, wo Bio draufsteht? Ich glaube ja. Also ich hab festgestellt, also grad beim Schwein machen sie sich wahnsinnig Mühe gegeben. Das war ja das miserabelste Fleisch überhaupt. Das hast du in der Pfanne gehabt, das wurde immer... Furchtbar. Es ist heute leichter, ein gutes Schweinefleisch zu bekommen, als ein gutes Kalbfleisch. Mhm. Aber ich esse, wenn ich dunkles Fleisch esse, meistens Lappen. Mhm. Und sonst auch, wie du sagst, Flügel und Fisch. Und wo holst du den Fisch? Ähm, in großen Fischläden oder Kaufhof Karstadt. Aber vom Markt? Ich bin ja kein Markteinkäufer. Ja, doch. In Berlin, ich bin ja jetzt auch viel in Berlin, da kaufe ich hier einen Markt. Hier weniger in Köln. Aber das ist schön. Das stimmt dazu. Lecker. Zu dem Arsch. Ja. Bis zum nächsten Mal.